Jo moin, zurück zu Badblood. Ich steh hier bei den Beatboxern. Ey Digga, mach nochmal. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay, wir hauen ab. Bei den Beatboxern und wir haben eigentlich... Ja, also Default hat sich irgendwo in so einem Gebäude verschanzt. Das hat Tobias rausgefunden. Und jetzt hat er mir einen Grundriss geschickt. Und das ist hier aber irgendwo nochmal am Arm der Welt. Wenn ich mal hinfahren, wenn ich denn mal einen fahrbaren Untersatz finde. Und ich schätze mal, da geht es dann richtig ab. Aber schauen wir mal. Ich kann auch hinlaufen. Kein Weg ist uns soweit. Ah, hier sind Autos. Okay. Das ist gut geparkt, aber das da hinten ist schöner. Ich hoffe, ich ziehe mir ein bisschen. Ja, fährt gut. Oh, das fährt gut. Oh, 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 oh. So, da lang. Das fährt doch nicht gut. Auf den ersten Blick fuhr es gut. Oh, oh, crash. So, aber jetzt können wir hier wohl sicherlich noch schön durchfahren. Ja. Alles easy. Jetzt mal sehen. Das ist schon ziemlich weit. Aber wir werden es schaffen mit diesem wunderschönen Auto. Komm, pass dich durch. Ja. Okay, hier vorne müssen wir abbiegen. Und da vorne ist es schon. Ist es auf diesem großen Platz, oder was ist denn da? Doch, scheinbar doch. Okay, das Urteil. Alles klar. Wollen wir mal aussteigen? Ray, glaubst du, wir kommen Default zuvor? Nein. Bisher hatte er jeden einzelnen Schritt geplant. Glaube nicht, dass er ein Risiko eingeht. Er hat einen Plan B. Okay, jeder Wetter darauf. Okay, finden sie den Eingang bei ihm noch? Ist das immer noch Ziel? Mal gucken, jetzt gehen wir erstmal da über die Kamera, dachte ich eigentlich. Okay. Ja, sprengst du es natürlich wieder mal selber. Oh Mann, ey. Der sprengt den weg? Nee. Da sollen wir hin. Okay. Anlocken, sprengen. Wer sieht mich denn hier? Nö. Ah, hier. Anlocken? Komm mal hin. Hoch, hoch, hoch. Geh schon. Wo denn? Achso, ich stehe hier einfach so rum, ja. Dann wundert mich das natürlich nicht. Ah, da hinten ist noch eine, die können wir crazy ablenken. Ah, da hinten sind noch jede Menge Leute. Ah, shit. Außer Reichweite. Komm mal zurück, Junge. Ich bin ein, was du. Und du? Tschüss. Nein. Oh, das ist wieder. Oh, das ist wieder. Oh, das ist wieder. Wir sind einen, wager. Ich bin weiter. Ah, das ist wieder. Da. Da, da. Gut, wen haben wir denn jetzt hier noch da drüben? Oh, er kommt. Ja, komm, komm, komm. Da können wir sprengen ohne Kamera. Aber da ist keiner mehr drin, ne? Doch, ja. Oh. Jetzt gibt es ja nur noch ihn da hinten. Bisher ganz okay. Gucken wir noch mal, was da hinten... Ich denke mal, wir können hier jetzt runter, ne? Sollte jetzt nicht so gefährlich sein. Achso, da ist uns noch einer. Oh, ach, er hier. Naja, komm, den hole ich mir jetzt auch mal selber. Hübsch und diskret. Ungewöhnlich für Default. Wetten, Dördrin wird es deutlich abgeliebt. Wurzel. Ah, dahin ist hier so ein guter Panzertür. Er will mich vor laufender Kamera kreuzigen. Er will mich vor laufender Kamera kreuzigen. Britzli-Bruzli. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den jetzt da kaputt kriege. Indem ich dem einfach ein paar Granaten hinwerfe. Na gut, das hätte gereicht. So, jetzt wollen wir den Eingang finden. Das war ja eigentlich die Idee. Muss hier irgendwo zwischen sein. Hier irgendwo, ne? Okay, also hin zur Wo persönlich hingehen. Na. Dieser Waggon, oder was? Okay, mal sehen, ob ich die Türen aufkriege. Das ist doch eine übelste Falle, oder nicht? Wow, krass. Was hat er da geschrieben? Okay, aber es ist alles gar nicht so... Hack. Ich kann die Tür von hier oben aus öffnen. Bleib unten. Hey, du kennst mich. Viel tiefer geht nicht. Warum machst du das? Was denn? Dich zu beleidigen, Mann. Dich abzuwerten. Du musst echt damit aufhören, Kumpel. Okay, okay. Okay. Okay, was haben wir? Stromer von da oben. Ist okay. So, also wir müssen das immer ein bisschen umleiten. Das geht wieder rauf, runter. Da kommt noch nix. Das verringt noch nix. Okay. Okay, und hier müssen wir noch oben. Aber das kriegen wir noch nicht hin. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen auch oben durch. Na komm. So, genau. So, das haben wir. Nee, das geht noch nicht. Okay. Das haben wir runtergeht. Da kommt noch gar nix. Jetzt aber. So, das brauchen wir noch von oben. Ach komm. Was mach ich hier? Das geht jetzt. Okay. Wir wollen noch unten. Genau. Das kriegen wir so auch hin. Ja, das drehen. Und das in Leiten. Dann haben wir es. Ray, was immer du getan hast. Die Tür hier hinten ist jetzt auf. Ich werde mal reinschleichen. Wir sehen uns drin. Das sieht schon wieder hart nach Ballerei aus. Ein paar der Jungs müssen Zugangscodes haben, um reinzukommen. Hene, Mene, Mini. Das hat sich auch schon gewischt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Na, vorsichtig. Komm, schön aufladen. Oh, er ist schon da. Verdammt, der Code ist aufgesplittet. Ach, shit. Komm, wirf mal schön auf ihn hier. Komm. Bitte. Ach, scheinbar nicht. Kaboom. Okay, also hier über die Kamera nochmal rüber. Da sind noch jede Menge Typen. Alter, Papa, alter. Alter. Da ist er. Ich sehe ihn nicht mehr. Nein. Aber ich dachte, das wäre jetzt alles. Zwei von zwei. Das ist echt komisch. Ich muss die jetzt noch irgendwie hacken, oder was. Aber ich weiß nicht mehr. Ah, wie er ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist echt komisch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ach, es ist alles. Ach, es ist alles. Ich weiß nicht. Scheint nichts Schlimmes zu sein. Scheint nichts Schlimmes zu sein. Oh, das ist ein Schlimmes. 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 Das ist ein Schlimmes. Das ist ein Schlimmes. Oh, das wird schwierig. Aus, komm, aus. Scheiß Penner! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Okay, so it's interesting. Why do you keep me connected again so hard, huh? Oh, I don't have anything anymore. I don't have anything to do. 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 What's up? I don't have anything to do. What's up? What's up? What's up? Okay. Raus hier. Wie kommen wir da raus? Komm. Hier raus. Ich komme nicht an denen vorbei. Moment. Dein Signal ist ganz nah. Siehst du es? Ja. Das wird nicht einfach werden. Sag mir, wo ich hin soll. Ich vertraue dir. Ja. Wie soll das denn gehen? Okay, wo muss er denn raus? Der muss, da muss er hin? Die Bekle. Achso, die Kamera kann ich auch noch machen. Komm, 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 komm. Nicht da lang. Was für ein Idiot. Okay. Oh, shit. Komm, komm, komm. Na los, Bewegung. Oh, das ist irgendwie... Der läuft da hinten rein. Achso, den kann ich da anlocken. Oder was? Okay. Also, was das ist eine große Rolle? Oh, was das ist? Vorwärts. Vorwärts. Komm, komm. Okay. Okay... Der läuft die ganze Zeit hin und her... Wie soll das gehen? Ich kann mich dahin nicht bewegen... Der sowieso... Ich kann aber da dringend nichts mehr einschalten, oder? Anlocken... Okay... Wie soll das gehen? Ich kann nicht einfach die Zeit aufuhhören! Ich weiß nicht, dass wir da die Einfluss nicht mehr vorgehen können! Ich weiß nicht, dass wir das gehen einer neuen Kurs obtener. Okay, ich lasse ihn mal bis dahin laufen. Wenn er sich umgedreht hat, dann wechsle ich die Kamera. Ja, da hätte er jetzt laufen sollen. Hat er aber nicht. So, lauf mal dahin. Die Kamera brauche ich. Ihn locke ich jetzt hier an. Oh. Okay, also ich denke, ich gehe mal hier über diese Kamera. Okay, den Typen sind wir los. Hoffentlich, genau. Jetzt holen wir den da noch an. Los, Kopf runter. Bin durch. Kriegst du das hin mit der Tür? Ja. Und, kommen wir näher? Die haben hier umgebaut. Aber wenn der Grundriss noch ungefähr stimmt, dann sind wir ganz nah im zentralen Raum. Gut. Sehen wir uns dort. Ja. Wie komme ich denn da jetzt durch, Freunde? Oh. 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 Ah. Verstehen wir es! Sehr gut. Oh. 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 Ich bin der Kopf auf der Maschine! Was ist der Kopf auf der Händispray? Ich bin der Kopf auf der Händispray, aber ich bin der Kopf auf der Händispray. Ich bin der Kopf auf der Händispray. Oh! Oh! Oh, was ist das da? Hey, du Arsch! Du hast dich mehr vertraut! Verstärkung hier! Welche Kopf! F***! Oh! Nicht da hin! Nicht da hin! Wo schießt er denn hin? So, und wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen ja in die andere Richtung. Okay, und wir wollen... Oh, letztendlich wollten wir eigentlich hier durch. An all die Spieler zuhauen! Jetzt könnt ihr gleich abstimmen! Schaut weiter zu, wenn ihr das Ende sehen wollt! Wenn ihr das tut, dann werdet ihr unter derselben Schuld leiden, die mich jahrelang zerfressen hat. Ich bereue, was ich getan hab! Und es tut mir leid, dass dieser Kack-Psycho alles wieder aufwirkt! Aber selbst wenn ich das verdiene... Ihr nicht! Ihr nicht! Ich schätze... Ihr habt ja was vor! Mach gut weg! Bye-bye! Sayonara! Halt dein Scheiß Handy hoch! Halt dein Scheiß Handy hoch! Oh, jetzt wird's eng! Shit! Halt dein Scheiß Handy hoch! Ski! Oh! Ray, Ray, halte dich vom Licht fern. Ray, Ray, da bist du ja. Alles okay, Mann? Einen Moment lang dachte ich, du wärst tot. Wie im Tod, tot. Ich war mir nicht mal sicher, ob du noch atmest. Aber dann dachte ich, du würdest ausrasten, wenn ich den Krankenwagen rufe. Ja. Mir geht's gut. Was soll das verdammte Grenzen in deiner Fresse? Du hast wohl was von dem verdammten Rauch eingeatmet, Truer. Kann sein. Hey, Ray, ich hab nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich noch aus Chicago rauswähle. Und du? Ja, ist ja das andere, was ich je in meinem Leben wollte. Aber hey. Sagen wir, ich bleibe noch hypothetisch gesprochen. Und ich suche die Lücke in Blums Verteidigung. Wirst du mir? Ab so fucking loot, ja! Das alte Team ist endlich wieder vereint. Na gut, Minus. Die eine. Ja, nun. Es ist okay. Ich hab schon niemanden im Kopf. Hayden Pierce. Ist das dein Ernst? Der Typ tickt doch nicht richtig. Weißt du, wie wir uns trafen? Der hat sich mit einem Schlagstock vorgestellt. Ja, ja, das klingt allerdings sehr nach ihm. Das ist nicht lustig. Nein. Das ist nicht lustig. Muss wohl der Rauch sein. Okay, cooles, ja, cooles DLC. Hat echt Fates gemacht. Mal gucken, ob es noch mehr gibt. Vielleicht mal hier auch noch die Sammelaufgaben. Schauen wir mal. Bis dann, ey. Tschau. Tja, das hier riecht nach Obst. Oh, das ist übel. Das schmeckt aber nicht nach Obst. Warte, gleich kommt's. Es hat einen fruchtigen Nachgeschmack. Vielleicht hole ich lieber einen Saft. Du willst haupt noch so, Frueh. Jetzt bist du dran. Was ist das? Das zählt nicht. Ray? Ich werde dich zwingen, den Scheißburger zu essen. Nein. Probier. Nein. Hey, Ray. Ich sag's dir, ist den... Jesus, Maria. Na komm, so schlecht ist er nicht. Na ja, gutverdammt. Ja, super. Ja, gutverdammt. Ja. Zack. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018